Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen für die Einladung zur digitalen Gedenkfeier anlässlich des 76. Jahrestags der Befreiung der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge im Stalag 10 Sandbostel sehr danken. Die Zeremonie im letzten Jahr ist ausgefallen, deswegen die heutige digitale Veranstaltung ist umso wichtiger. Ich danke der Gedenksteck der Lager Sandbostel für die symbolische Tanzniederlegung im Namen des Generalkonsulants. Diese Geste zur Ehrung der polnischen Gefangenen und Opfer ist zugleich eine Genugtuung für die Familienangehörigen der Opfer, die wegen der Pandemie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können. Obwohl die persönliche Präsenz nicht möglich ist, wollen wir auf diese Weise die Erinnerungskultur weiter pflegen. Es freut mich auch sehr, dass die heutige Gedenkfeier einen starken polnischen Akzent bekam, nämlich die Präsenz von Janusz Birchowski, den ehemaligen Angehörigen der Arnia Krajowa und polnischen Kriegsgefangenen. Die Geschichte des Starax 10b in Sandbostel bekam mit Einlieferung der polnischen Kriegsgefangenen. Nach dem verlorenen Kampf im September 1939 kamen mehrere tausend polnische Soldaten als erste Kriegsgefangene des Lagers. Die Kriegsgefangenen wurden an zahlreichen Orten in norddeutschen Kriegs- und Landwirtschaft eingesetzt. Hunger, Seuchen, Erschöpfung und Gewalt deziminierten die Gefangenen. Nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes kamen noch die Warschauer Aufständischen von 1944 ins Lager. Die Anzahl von Opfern unter den Gefangenen und Häftlingen und schädlicher Nationen wird zwischen 8.000 und 50.000 Toten geschätzt. Wir danken der Stiftung Lager Sandbostel, dass sie den 76. Jahrestag der Lagerbefreiung zum Anlass nahm, um der durch die Besatzung, Gefangenschaft und Verfolgung betroffenen Menschen zu gedenken. Neben dem Starax 10b in Sandbostel ist auch die Kriegsgerbestätte Parne-Winkel im Selsingen ein wichtiger Ort in unserer Trinnerungskultur. Auf diesem ehemaligen Lager Fridhoff bestattete die Wehrmacht bis 1941 die Toten des Starax 10b, darunter die ersten polnischen Kriegsgefangenen. Möge unser gemeinsames Gedenken zur Vertiefung des deutsch-polnischen Dialogs und Verständigung beitragen.